Noch genau 10 Tage bis zum Start der Early Access Beta von Diablo 4 und eine Woche länger dann für die Open Beta und ich habe das in meinem letzten Video falsch gesagt, deswegen hier nochmal zur Richtigstellung, das zweite Wochenende ist tatsächlich offen für alle, selbst die, die nicht das Spiel preordert haben. Das habe ich so gar nicht gesehen, da bin ich ziemlich überrascht gewesen, aber es ist wirklich so, eine ziemlich coole Aktion, also das ist dann wirklich ein krasser Stresstest für die Server, da bin ich mal gespannt, ob sie dann mit dem Feedback den Launch ein bisschen besser planen können. Und es wurde ja bisher nur gesagt, dass man das erste Gebiet bzw. den ersten Akt spielen kann und man hat halt gar keine Vorstellung, was das jetzt eigentlich bedeutet und deswegen will ich da mal mein Feedback geben, da ich das ja schon gespielt habe, damit ihr vielleicht euer Wochenende oder eure beiden Wochenenden ein bisschen besser planen könnt. Wir hatten ja zum Beispiel auch in Diablo 2 eine Open Beta, also eine Beta, ich weiß nicht, ob die Open war und dort gab es die ersten beiden Akte normal und das klingt ja jetzt so, als ob die Diablo 4 Beta weniger Inhalt hat, aber tatsächlich ist das nicht so, sondern die hat sogar mehr Inhalt als Diablo 2 mit den ersten beiden Akten, weil dieser erste Akt bzw. die Fractured Peaks, so heißt das Gebiet, ein riesiges Gebiet ist. Auf der Karte hier, der rechte Teil ist ca. die Diablo 4 Karte, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das auch sogar noch mehr ist, aber ich erinnere mich zumindest daran, dass dieser rechte Kontinent auch die Karte in D4 war und das, was jetzt so markiert ist auf der rechten Seite, sind die Fractured Peaks und das alleine sind eigentlich, ich glaube, das waren vier unterschiedliche Gebiete oder fünf sogar, ich glaube, es sind sogar fünf Gebiete, die in diesen Fractured Peaks sind und vom Umfang habe ich drei Chars gespielt in dieser Preview-Version, die ich hatte, die genau diesen Umfang hatte und ich habe in diesen sieben Tagen, die ich da gespielt habe, nicht alles gesehen, was es dort zu sehen gibt. Also es gibt dort natürlich die Mainquest, die ich jetzt nicht spoilern werde. Die Mainquest geht schon recht zügig, wenn man jetzt nur die Mainquest spielt und nichts anderes, dann war ich sogar nur Level 14, als ich die durch hatte und habe halt auch gar nicht viel von dem Gebiet entdeckt. Wenn man dann aber anfängt, noch Nebenquests zu machen und das versucht, alles zu schaffen, was es da zu schaffen gibt, dann wird man damit nicht fertig an einem Wochenende und ich habe, wie gesagt, sieben Tage gezockt. Ich habe drei Charaktere auf 25 gebracht in den sieben Tagen und habe sehr viel gespielt und trotzdem habe ich nicht alles dort entdeckt. Also ich bin mir sicher, dass ich viele Quests nicht entdeckt habe und ich habe sogar mit meinem dritten Char erstmal noch eine komplett neue Stadt entdeckt, die ich mit den ersten beiden Chars gar nicht entdeckt habe, die auch nochmal einen eigenen Wegpunkt hatte und Questgeber. Oder ich habe mit dem dritten Char noch eine gesamte Stronghold entdeckt, die ich auch nicht mit den ersten beiden entdeckt habe. Die, die noch nicht wissen, was das ist, also es gibt ja Dungeons. In Dungeons geht man rein, da gibt es unglaublich viele im ersten Gebiet. In die geht man rein, clirrt sie einmal, die sind generisch, also die Position ist zwar immer gleich, aber die Dungeons an sich sind dann generisch, also zufällig aufgebaut, haben dann immer einen Endboss und wenn man den legt, kriegt man eine Belohnung und manchmal ist das zum Beispiel so ein Aspekt. Also bei einem Dungeon steht das dann auch vorher dran, ob man einen Aspekt bekommt oder nicht. Und wenn man einen Aspekt bekommt, ist das dann charakterspezifisch. Also wenn ich auch als Zauberin spiele, kann es sein, dass der Dungeon mir einen Aspekt für einen Barbar als Belohnung gibt und der Aspekt, den kann man halt dann auf ein Item draufhauen und der verbessert einen deiner Skills. Ich hatte zum Beispiel einen Aspekt, der meinen Eisblitz von der Zauberin dann verbessert hat. Jetzt nur als Beispiel und die Dinger kann man von Dungeons bekommen. Dann gibt es zufällige Events, die überall stattfinden auf der Map. Das sind zum Beispiel solche Mini-Events, wo NPCs gerade überfallen werden. Man muss die helfen, man muss die beschützen und wenn alle überleben, dann kriegt man den maximalen Reward. Das ist dann vor allem relativ viel Erfahrung. Und das Größte, was es dann noch da gibt, sind halt diese Strongholds. Hier müsste sogar jetzt bei dem Gameplay so eine Stronghold zu sehen sein. Und das waren richtig knackige Events. Ich habe die ja alleine gespielt und bin an einem, ich glaube sogar zehnmal gestorben. Mit einem Barb, glaube war das. Nee, mit meinem Rogue, mit meiner Jägerin. Also das war richtig knackig und das, obwohl ich auch schon High-Level war. Also High-Level in der Beta geht es bis 25. Und das war aber richtig nice. Also genau so stelle ich mir das auch vor, dass man mal ein bisschen beansprucht wird. Und das auch im Early-Gameplay. Sorry für die ganzen englischen Begriffe. Es ist halt Computerspiel. Und zum Leveln selbst, wenn ihr Level 25 erreichen wollt auf einem Char und zielstrebig spielt, könnt ihr da locker zehn Stunden einplanen. Ich habe mit einem Char versucht, so schnell wie es geht auf 25 zu kommen. Und da habe ich, glaube ich, zehn Stunden gebraucht. Wenn man sich noch ein bisschen die Welt und so anschauen will und den NPCs auch ein bisschen zuhören will, dann dauert das noch ein bisschen länger. Das heißt, für die, die jetzt nicht jeden Tag durchgrinden, wird es schwer, alle fünf Chars auf 25 zu bringen, falls ihr das vorhattet. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, euch dann einen Plan zu machen, was ihr genau erreichen wollt, ob ihr alle anspielen wollt oder ob ihr welche auf 25 bringen wollt. Denn es wird vermutlich nicht alles gehen. Und die letzte Info noch, an dem ersten Wochenende Early Access sind nur Zauberinnen, Barbar und Jägerinnen verfügbar. Und das zweite Wochenende hat dann den Druiden und den Negro noch zusätzlich. Und eure Chars werden auch an dem zweiten Wochenende noch verfügbar sein. Das heißt, ihr könntet auch alle drei Chars am ersten Wochenende anfangen und dann am zweiten Wochenende könnt ihr einen noch davon weiterspielen oder so. Party-Gameplay geht auch. Ihr könnt also auch in einer Gruppe zocken. Und das war es eigentlich. Ich finde auf jeden Fall, dass das für eine Open Beta ein sehr, sehr guter Umfang ist. Und bin ziemlich gespannt schon, was ihr davon halten werdet. Ich hatte eine Menge Spaß. Ich werde auch noch ein zweites Video rausbringen, wo ich nochmal über die Charaktere ein bisschen reden möchte, welchen ich als Starter empfehlen würde. Wenn ihr jetzt nicht viel Zeit habt und wirklich direkt mit einem anfangen wollt, der richtig Spaß macht, dann schaut mein zweites Video, was demnächst noch rauskommt. Denn da gab es für mich auch einige Unterschiede. Ich sage nur, ich war bei einem Charakter sehr enttäuscht und bei einem anderen war ich dafür extrem begeistert. Vielleicht wisst ihr schon, über welche es geht. Habe ich in meinem Livestream schon mal erzählt. Und das war es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und... Untertitelung des ZDF, 2020